Guten Morgen meine lieben Kumpels und Kumpel Ines. Jawoll, wir haben heute Samstag, ein Karsamstag vor die Ostermontag. Ja, und ich habe mir gedacht, nee, vor die Ostersunder. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, an die Ostersunder, da gehen die Kinderes immer der Ostereiersuche. Ja, und ich habe mir ja gedacht, dass der Osterhase mir dann halt eben Osterleckerlis bringt. Aha. So, und dann habe ich mir gedacht, mal gucken, wo denn die Versteckle es kann. Jetzt habe ich mir die Versteckle mal angeguckt, wo man sie verstecklen kann, damit ich sie dann mal auch will. Ja, man muss ja vorbereitet sein. Verstehe ich? Ja, muss man. Es ist halt eben so, wie es ist, wenn man umvorbereitet durch die Gegend läuft, da verdrodelt man viel Zeit. Ja, und man ist nicht effektiv. Verstehe ich, was ich meine? Also so effektiv sind nicht, dass man in relativ kurzer Zeit viel machen kann. Ja, das ist effektiv. Und ich will das ja auch sehen, ne? Deshalb gucke ich mir das heute ganz genau an. Also ich berichte euch morgen, wenn ich was gefunden habe. Bis dann wünsche ich euch noch wunderschöne Feiertage. Tschüss, euer Merlin.